Gesund Leben Bleibt Gesund Tage in Wolfhagen am 25. und 26. April 2015 von Tuba Horst 1 ... Warte, warte, warte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir gucken uns mal an, welche Seite jetzt eingeschränkter ist, ob die linke oder die rechte Seite eingeschränkt ist. Das sehen wir jetzt links mit rechts. Die linke Seite war bei 66 Grad, das gibt 1,9 Punkte von 10 möglichen. Die rechte Seite ist sogar noch eingeschränkter. Das ist wirklich klar bei 60 Grad aus, da ist wirklich sehr viel Potenzial im Nackenbereich. Und das, was nicht weiß ist, dass das Desinfektionsmittel gar nicht hingelaufen ist. Das ist auch gar nicht passiert. Das ist gut, gut, ne? Das ist auch gar nicht. Danke. Das war's für heute. Tell me I'm left inside your love Tell me I believe in, tell me I'm lost Tell me I'm left inside your love Vielen Dank für euren Aufruf, in Kürze folgt Volkslauf in Wolfhagen und Autohaus Ostmann am 25.04.2015